Willkommen zu einer weiteren Folge E-Bulls Nachdem in der letzten Folge Klicklicht gehauen Nachdem in der letzten Folge Klicklicht etwas gescheitert sind Was ist das denn? Neuer Medich? Was ist das denn für ein Medich? Weißt du wie der aussieht? Roboter Ja Ich sehe ihn auch Der sieht aus wie so ein... keine Ahnung wie so ein Plastik Robocop Ja warte Robocop bin ich Oh noch ein geil In der Kapsel Verdammt ist diese Eier ausgetaucht die von einer weiteren Kreatur beschützt werden Oh Achso erst dann Ja klar Einfach so ja pfff Ja pfff wir wollen die Eier nicht haben Wir wollen die Eier nicht haben wir können einfach erst sein dafür Ich hab keine Ahnung wie die Spinnen reagiert oder was die Skills sind Die gar nicht Nein Erkunde was Nein darf ich nicht ganz genau Wo warst du stationiert? Vor der Sache hier meine ich Ähm War fünf Jahre auf CSC 462 Ah gut Ich hab den Rest in der Planeten heißt jetzt Monitor Fünf Jahre auf CSC 691 A Aha Ich glaube der hat noch keinen Namen Gut Fünf Jahre allein auf einem grenzlichen Planeten Dreht man da nicht durch wenn man niemanden zum reden hat? Der einzige Mensch auf der ganzen Welt zu sein das hat dich nicht belastet Gut Naja Ich geh den der Eier holen Okay Willkommen im Team Herr Kunder Dann Nein Wollen wir nicht Okay Da Ein Albino Das wird uns helfen Genau So Ja Und nicht um die Eier Schnell So das zählt Ein bis gleich noch mal an Einmal rührei Kommt sofort Einmal rührei Zerstellt das Ei Zunächst neu Ich glaube die kommen so gut aneint了 oder soll ich die ja doch aufhören Was? Wir sind die Verstände leider Naja Nein mach ich es nicht Jaja Schlagen wir das Ei auf Finde uns ein dickes Monster! Das Ding ist gleich weg! Ich halte dicke Eier aus. Komm ich doch überhaupt durch? Ah! Eine seltene Kreatur! Das war's hier! BAM! Das war fast so rein! Oder? Naja, 6 insgesamt! Da greift das Monster an! Da ist das Monster! Ok, das Monster! Alter, das Monster! Alter, was ist das?! Wie spenkt das?! Das ist ja so ein dreckiges Ding! Ich hoch! Ah, das Kallungsfeld ist bereit! Lass mich auch mitmachen! Ja, nein, ich bin bereit! Ist das heiß genug? Hahaha! BAM! Das war fast so leicht! Das muss eine Weile reichen! Ein Treffer! Hier ist jetzt die Stelle an! Nein! Hilfe! Oh! Ähm, ich bin eine Spinne! Ähm, Hilfe! Ich bin verwundet! Ähm! Ich bin... Ah, ich bin da! Ich bin da! Ich bin da! Ich bin da! Alles klar! Hilfe! Hilfe! Das ist OP! Ich spür das OP! Ich spür das OP! Vom runter bitte! Ich komm nicht hoch! Was denkst du mich fast erwischt! Wo ist das? Wo ist das? Ich brauche Entziehen! Tommy! Raus aus Exkutionszone! Komm hoch, schnell das Ei, guck mal. Vielleicht tot. Nehm dir. Korow kämpft. Das wäre das Ei. So, sende das Monster. Okay, drei Sekunden, komm wieder die Medi. Wie ist der Ei los? Bist du mal live? Ja. Bist du ein bisschen live? Medi, wo bist du? Ich schnapp mir das Ei. Löffet ihr das? Komm, ey, 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 ey. Aber im Latzer raus, okay, der kann mir nicht wieder heilen leben. In der Lido mit seinem Slammwerfer. Er stört das Ei! Was? Slammwerfer? Ja, das ist Slammwerfer, das ist super. Oh, bitte bist du Leben. Das Ei! Ei, 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 ei. Okay. Nur zwei Ei angezeigt, das ist auch scheiße. Ja, Mann. Das Skallungsfeld ist bereit. Wir haben nicht einfach alles, was das Monster zu tun hatte. Wohin eigentlich jetzt? Da, wohin? Ah! Rinde uns ein dickes Monster. Oh, was? Okay. Okay. Hilfe! Alles klar. Dreck, 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 Dreck. Okay, der hat einmal zergerufen. Alles klappt. Ich gehe zum Eil. Fühlst du dich besser? Natürlich tust du was. Wow, nette Kombo. Genau so! Ja! Ja! Komm her! Der Krallung ist jetzt möglich! Hey, Mannic! Pinnst du oder was? Ich muss nach tanken! Toll! Nein! Nein! Aua, 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 aua! Ja, wir sind! Verdammt der Trüppel! Genau! Das eiert noch so, wie ich es schaffte! Ja, ich hab's geschafft! Seid ist kurzzeitig tot! Seid ist kurzzeitig tot! Seid ist kurzzeitig tot! Ja, hab ich verloren! Gut! Jawoll! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich war auch fast tot! Ich war tot! Ich war richtig... Ich brauchte nur einen Schlag! Ich war tot! Alter, das wär noch übelig! Ja, alles klar! Weil es cool aussieht, dass es stärker ist! Ja, wir... Die Schütze mit ganz coolem Aussicht! Ja! Oh, okay! Schließe das Match an! Hier wäre ein Match! Hey, ich glaub das ist die Final Runde, ne? Hm... Final End! Bitch! Amonakoi! 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 Eigentlich ist das Wichtigste, die vorletzte Runde zu gewinnen! Ist so! Weil... Die letzte Runde entscheidet, ob man gewinnt oder verliert! Ist so! Weil wenn du die letzte Runde nicht mit deinen coolen... ... geschützen bist, dann bist du echt am Arsch! Ja! 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 Na ja, glaub 100 oder sowas! Irgendwie, wo irgendwann... So ein paar hunderte! Als... Als wenn ich's zugeschaut hab! Ist der... Warte! Ja! Warte! So! Wie es dann weitergeht, werdet ihr wieder in der kommenden nächsten Woche sehen! Weil... Ja! Weil das ist eigentlich ziemlich ruhig, wenn ich das halt immer so immer... Kampf für Kampf mache, auch wenn es ziemlich kurze Runden sind!